Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prossor, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich in internationalen Organisationen stärker für Israel einzusetzen. In einem Interview mit Reuters am Dienstag in Berlin kritisierte er die Enthaltung Deutschlands bei der Abstimmung über eine UNO-Resolution zur sofortigen humanitären Waffenruhe in Gaza. Also ich schätze es sehr und Israel schätze es sehr, also die klare Linie, also Bundeskanzler Scholz. Deutschland steht mit uns wirklich Seite auf Seite. Der einzige Staat, wo Kanzler, Außenminister und Verteidigungsminister haben Israel besucht. Alles was wir wollen, also bekommen wir deutsche Unterstützung. Aber in internationalen Gremien ist es unheimlich wichtig, auch heutzutage. Das sind einfache Sprachen. Gut gegen schlecht. Zivilisation gegen Barbaren. Und hier muss die deutsche Stimme sehr, sehr klar sein. Prossor betonte, dass die Welt verstehen müsse, dass ein Neuanfang in der Region nur möglich sei, wenn die Infrastruktur der Hamas zerstört und die Führung beseitigt sei. Unsere Priorität ist jetzt mit den Geiseln und Hamas. Wir sind in dieser Hinsicht konzentriert und wir sind sicher, wenn wir diese Führung und die Hamas-Infrastruktur zerstören, werden wir neue Ideen haben, um etwas Neues in dieser Region aufzubauen. Nach israelischen Angaben befinden sich noch etwa 230 Geiseln in der Gewalt der Hamas.